Unser Institut ist eine wunderbare Verbindung aus einem Zoo mit seinen lebenden Tieren und einem Naturkundemuseum mit all seinen Exponaten. Wir zeichnen das Leben nach, wie es sich entwickelt hat und das gelingt uns unglaublich gut, indem man in diesen Themenbuchten ja auch alles für sich sprechen lässt und das, was wir versuchen zu vermitteln, in derselben Bucht am lebenden Tier sofort nachvollziehen kann. Also in der Schule sieht man das ja alles nur im Buch und so und hier kann man das halt direkt sehen. Hier gibt es so viel zu entdecken. Die Kinder werden hier ja auch ans wissenschaftliche Arbeiten herangeführt. Sie können ganz verschiedene Sachen anfassen und total viel machen und ich denke, dass ihnen das sehr, sehr lange im Gedächtnis bleiben wird. Untertitelung des ZDF, 2020